Einen wunderschönen. So, wie euch vielleicht bereits aufgefallen ist, kommen jetzt brav jeden Samstag Videos. Ja, ich denke mal nächstes Jahr wird im Garten nicht so viel zu tun sein wie dieses Jahr. Dementsprechend glaube ich auch, dass ich das fortführen werde, weil es macht ja wahnsinnig Spaß. Ich habe ja nicht gewusst, wie sehr ich es vermisst habe, wie ich es dann wieder gemacht habe. Ich wusste, wie sehr ich es vermisst habe. Also im Garten habe ich nichts vermisst, aber jetzt, wo ich wieder da bin, merke ich, ich habe es vermisst. Ist das eigenartig? Ja, ist eigenartig. Aber ist nicht der Grund meines Videos. Es soll eigentlich eine ganz kurze Ankündigung sein. Mal schauen, wie kurz ich es schaffe mit meiner Quak-Quak-Quakerei. Also, ich hatte gestern meine große Aufnahmesession gemeinsam mit der jungen Gamerin. Ein paar meiner Abonnenten haben sich sehr sehnsüchtig wiedergewünscht. Eine habe ich überhaupt nur deswegen. Manche vermuten wahrscheinlich schon das Richtige. Ja, Zelda. Ja, ich werde es so halten. Samstag kommt eigentlich immer Divinity. Also bis dann halt fertig ist, dann suche ich mal was Neues. Und zwischendurch kommt halt immer was anderes. Unter anderem Zelda, unter anderem sowas, unter anderem was auch immer. Je nachdem, was mir halt so einfällt. Ich heiße zwar alte Gamerin, aber ich muss ja nicht nur gamern. Ja. Kurz? Ist es immer noch kurz? Ja, es ist noch kurz. Ich bin unter zwei Minuten. Also, auch mit dem Blöden in die Kamera schauen, bevor ich überhaupt anfange zum Aufnehmen oder überhaupt anfange zum Reden, ist jetzt immer noch unter zwei Minuten. Ja. Was ich auch sagen will, ist, es klingt jetzt total reißerisch. Ja, reißerisch. Kommt vorbei, bitte. Ich habe gelitten. Ich habe schwerst gelitten. Ich habe über dreiviertel Jahr nicht mit dem Controller gespielt. Ich kenne mich in dem Spiel überhaupt nicht mehr aus. Und die junge Gamerin ist so charmant, böse, fies, schadenfroh. Nennen wir es charmant. Wie eh und je. Ich habe jetzt einen Cut gemacht, weil ich lauter Schatz geredet habe, lauter schöne Sachen geredet habe. Ich weiß so und so nicht mehr, was ich sagen soll. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen und ja. Ich hoffe, ihr begleitet mich in Hyrule. Habe die Ehre. Genau. Ich schau immer total bescheuert in die Kamera, bevor ich anfange zum Aufnehmen. Nein, so geht das nicht. Einen. Ich glaube nicht, dass dieses Jahr im Garten so viel zu erledigen sein wird, wie ich... Ah, nächstes Jahr im Garten so viel zu erledigen sein wird, wie ich dieses Jahr... Nochmal schon fahren. Okay. Einen wunderschönen. Das ist der dritte Startversuch. So, jetzt versuche ich es so, dass ich mich nicht verplapper. Nein, so kann ich nicht anfangen. Das ist der dritte Startversuch. 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 Bis zum nächsten Mal.